Und willkommen zurück zu Hugo Season 2 und heute kommt mein Lieblings-Level dran, nämlich der Dolmen-Cave, die Dolmen-Höhle. Und da freue ich mich zwar meistens auf das Spiels-Level in der Küche von Hugo zu spielen zu können. Es müsste damals von der Fustatur her, als Kiel von der Fustatur. Und wir starten durch in die Dolmen-Höhle. Och nee, da will ich eigentlich keines Ei zählen. Hugo wird es niemals schaffen, euch zu befreien. Hugo, treu dich her, hol uns hier raus. Ich behalte dich im Auge, Hugos kleiner Gehilfe. Hugo wird Hugoline nie zurückbekommen. Sie gehörte mir, mir, mir. Hahaha. Ausgräne die Seilzähne jetzt dabei. Weil die Seilzähne geht eh wieder nicht gut. Und dann haben wir hier das Labyrinth. Hallo Freunde der Dunkelheit. Willkommen beim Crashkurs für Höhlenforschung. Ja, und dann geht's ab. Faktum. Laufend drauf. Laufen. So, auf geht es. Komplizierte Steuerung, wie immer. So. Und das. Höhlen wir uns fast. Was ist denn? Höhlen wir uns. Und aus ist es jetzt die Seilzähne. Das ist ja. Hahaha. Was auch macht dich? Wir haben dich wieder anziehen. Aber da sind wir alle da. Weiß wir uns. Wir müssen das fangen. Toll. So, dann werden wir jetzt erstmal am Aufpassieren, nach oben, nach oben, jawohl, so, mit der 8 rein, so, wir fahren mal, und mit der 6 geht es weiter. So, mit der 9 nach oben, äh, oh, da muss ich jetzt mal gucken, 0, ja nach oben, 9, so, dann müssen wir durchlaufen, 3, na, das war doch nicht so, 9, so, noch mal runter, so, da ist der Aufpassung, 8, und durchlaufen. Oh mein Gott, runter, runter, boah, nicht vom Kogitie sich aufweisen lassen. So, ähm, 8 drüber springen, und hier müssen wir jetzt den Aufzug holen. So, dann gehen wir mal rein, mit der 8, und fahren mit der 9 nach oben. So, dann gehen wir mal rein, mit der 8, und fahren mit der 8, und fahren mit der 9 nach oben. 9ermaßen Oah, da kommt noch eins! 3-3-3-3-3 ... Was bin ich mitgenommen von der CD? Böses Mist Fionwegxane... Verunsichert uns... Und dann jetzt mal mit der Neuen da nach oben. Geschafft! Besser gut geliftet als schlecht geklettert. Damit hätten wir das 550 Punkte. Ja, mit der Seite sehen, da sehe ich eh schwarz. So. Hugo, hilf uns! Hugo! Jetzt wird Hexana weggetrollt! Ha, Hexana, jetzt kommt! Wer die Wahl hat, hat die Qual, nicht wahr? Ich nehme jetzt mal die Eins. Oh, jawoll! Das war richtig wahr! Wir sind frei! Hiiii! 1.560, da ist aber so, dass wir mit dem Spiel beim Glück gemacht haben. Ja, da ist es so, dass wir mit dem Spiel beim Glück haben. 1.560, da ist aber so, dass wir mit dem Spiel beim Glück haben. Super! So, damit Ramm ist nach oben. Und dann... Oh, wir haben schon einmal 10 Geld von der Session schon mal Wacken. Und damit, was das für heute ist, die wir uns wieder beim Glück haben. Schau! Ehe, weil die